hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft so ich habe ein bisschen die kühe weiter vermehrt aber es nicht aufgenommen weil das nur möglich lange gedauert hätte und da wollen wir die jetzt mal ein bisschen abschlachten damit wir leder bekommen so jetzt ist hier eine kuh raus das ist natürlich nicht so schön aber nichts ändern gut dann hier alle mal so nur zwei leder zurzeit aber das liegt vielleicht auch da dran weil die hier alle hin herrennen und das leder nur verteilen so zack jetzt geht es ja schon eher hier natürlich das problem ist jetzt weil ich auch die kleinen dadurch trefft durch den schwall sei jetzt mal also durch den schweif so 21 leder und die bücher brauchen wir nämlich dann für ein bücherregal und da brauchen wir schon sehr sehr viel leder deswegen auch hier die ganzen kühe töten also nicht alle es müssen auch noch welche übrig bleiben so also vielleicht haben wir ja noch schon aber das problem ist eben dass es wirklich an leder fehlt mal sehen vielleicht liegt ja noch was rum erst mal was essen ja hier ist noch leder dort ist ja gut also ein bisschen was liegt ja schon noch rum so jetzt haben wir fast ein stack ich nehme dann mal so ein stack reicht noch nicht jetzt auch fast so eine kuh so jetzt aber ein stack reicht nein die schieben die alle raus nein ihr bleibt so jetzt hier noch mal schnell rein schieben zack perfekt gut dann lasse ich die jetzt mal in ruhe da kann ich dann auch jetzt schon das fleisch braten oje das sehr sehr viel und dann tue ich wo habe ich hier zuckerrohr so tue ich gleich mal drei stack zuckerrohr nehmen und so zack ach so ich muss noch mal hierhin obwohl es kann ich gleich im inventar machen das eine jedenfalls zack 64 bücher und bücherregal so ihr sollt so wie war das jetzt wort es nicht so zack ja genau so was gut da kann ich jetzt 64 bücherregal machen oder oder nee nee kann ich nicht okay das war jetzt falsch von mir so zack und da ist auch gleich das holz alle ihr habt das holz ist jetzt alle zehn bücherregal haben wir schon mal da kann ich hier schon mal den zaubertisch abbauen ich weiß nicht ob ich den hier runter verlagern soll irgendwie hier runter keine ahnung hier das sind ja schon die netter wortzen da kann ich hier die schnelle abbauen so zack perfekt so und wie viel habe ich 18 gut das reicht perfekt da hätte ich das lager schon mal voll und das tue ich dann hier rein so ok gut dann würde ich sagen das andere beenden wir in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat das laufe nach oben da und um keine videos mehr zu verpassen abonniert diesen kanal dank fürs zuschauen bis zum nächsten video tschüss